Das gibt es Chef bei What's 4 Beats mit Nassar, und zwar war ja letzte Woche die Gamescom, größte Messe überhaupt, und so eine Anlehnung an dieses Spiel, was es als erstes war, dieses Tennis-Spiel, so klack klack, wo nur außen die Dinger waren. Nassar und ich werden jetzt hier mit Kochlöffeln bewaffnet, oder Pfannenwänder. Außen ist die Bande und es gibt als Ball ein Radieschen. Letztlich darum, wer zuerst fünf Tore macht, der hat das Ding gewonnen. Und es geht um? Ruhm und Ehre, mein Freund. Ganz gefährlich. Na gut, dann komm mal her. 1-0. Okay, kein Ding. Jetzt kommst du schon weiter da vorne und schubelst schon ein bisschen. Scheiße! Ponypolstermäßig. So. Triple packen wir heute. Pass auf. Guck mal genau hin. Yep. Okay, ein bisschen Vorsprung muss sein. Ja, 2-1. Du hast die Technik schon draußen, oder? Ja, das ist angeschnitten. Weißt du so. Manikalsmäßig, weißt du? Scheiße! Wie steht? 3-3. 3-3, ne? Gut. 4-3. So. Jetzt machen wir hier. Gartext und Schluss. Der war bei der Bande noch draußen. Du weißt ja, jetzt an Einfängs war es das, ne? Ja. Okay. Biete Chef Mütner Saar. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Super Spiel. Es gibt andere Worte. Ja. Gerne. Wann bei uns in Wien, ne? In Wien. Auf unsere Methoden. Vielleicht dann mit so einem Wiener Schnitzel oder sowas. Auch nicht schlecht. Aber geil, dass du da warst. Gerne. Biete Chef Mütner Saar. Biete Chef Mütner Saar. Ja jetzt gut raus.